Über der Wartburg bei Eisenach schien heute die Sonne vom blauen Himmel. Hier wird es in naher Zukunft auch mal verschneit aussehen. Zumindest kurzzeitig. Dazu gleich mehr und damit Hallo zu Ihrem Wetter. In der Nacht passiert noch nicht viel. Meist ist es locker bewölkt oder sternenklar. Ganz selten gibt es mal Nebel. Und die Frühwerte liegen zwischen plus 6 und minus 1 Grad. Auch morgen starten wir mit einem freundlichen Mix aus Sonne und dünnen Wolken. Im Westen und Norden dreht der teils frische Wind aber auf nördliche Richtungen. Dazu ziehen am Nachmittag an der Nordsee dichtere Wolken auf. Und auch im Süden über den Bergen bilden sich größere Quellwolken. Es gibt aber nur selten Regenschauer. An den Küsten bekommen wir maximal 10 Grad. Mit Nordwind wird es dann rasch kühler. Entlang des Rheins und am Main sind bis zu 18 Grad drin. Am Sonntag zieht dann eine Front mit Regen von Nordwesten her über uns hinweg. Im Südosten bleibt es dabei mit 12 Grad noch am wärmsten. Zum Montag geht das Ganze dann mehr und mehr in Schnee über. Denn besonders im Süden liegen die Höchstwerte nur noch um den Gefrierpunkt. Von Norden her lockert es aber rasch wieder auf. Und ab Dienstag steigt der Luftdruck, sodass sich auch häufiger die Sonne durchsetzt. Die Temperaturen steigen dann wieder an. Mehr dazu auf Wetter kommen. Ihnen wünsche ich alles Gute und bis morgen.